Der übt immer heimlich. Mhm. Machst du doch auch. Nein, er klingt nicht wie Curry. Curry klingt wie Mr. Black. Ah. Nee. Curry ist einfach die teure Mr. Black-Kopie. Oh-oh. Haddonfield, ich hasse diese... Das reicht. Ja, okay. Diskurdeckt. Welchgut schreibt, ich finde Mr. Black jetzt schon sympathisch. Ja, das finde ich ja. Nur weil du mich nicht kennst. Sehr schön. Lol. Mr. Black streamt übrigens auch. Ja. Rage. Also... Du weißt, was zu tun ist. Ja, okay. Ich hoffe, mein Stream war es das auch. Ich habe übrigens den Killer schon gesehen. Oh, das ist... Na, das ist der Shop-Doktor. Der Doktor! Der Doktor! Oh, ne, hat mich keinen schon. Ja, ich habe dich gerade schreien gesehen. Ich habe dich schreien gesehen. Und wir haben einen Hex. Einen Cursed. Grintex kenne ich auch nicht und ich hasse ihn. Warum denn das? Das ist okay, jetzt können wir immer weiter machen. Ich such schon mal das Totem. Das ist okay. Wo ist das? Ich finde diese Map unfassbar schrecklich. Ah, es geht. Es gibt... Er ist gemeint zu mir. Ich finde es ist nie gemeint zu irgendwem. Ja, es ist bei mir. Nein, hier ist nichts. Geh weiter. Hier gibt es nichts zu sehen. Ist jemand das Totem? Hier gibt es nichts zu sehen. Nein, legen sie die Leichenteile wieder hin. Die sind keine Andenken. Richtig. Achso, wenn ich ein Totem wäre, was ich verstecken wollen würde, wäre ich... Wenn ich ein Totem wäre? Was spielen wir hier? Prop Hunt? Oh, da ist ein Totem. Aber leider nicht das Totem. Können ja mal Prop Hunt spielen. Hat das mal jemand gespielt von euch? Oh, der kommt wieder zu mir. Das ist witzig. Da versteckt sich... Da versteckt sich... Da versteckt sich das eine Team als Gegenstände im Spiel und das andere Team muss die Gegenstände erraten. Ach wie... Tun wir halt nicht gerade alle in die gleiche Richtung schleichen? Ich weiß nicht. Jetzt wo ich euch alle ein oder beiden aufgesehen habe, in die gleiche Richtung. Das ist wieder bei mir. Und du sagst, du bist der... kämpft schon wieder. Ich geh rauf. Oh. Wer geht rauf? Nein, nein, rauf, nicht rauf. Achso. Kleiner, aber feiner Unterschied. Tja. Satzzeichen. Können Lebensretten. Kommen wir erst rüber. Vergiss es. Wie war das mit dem Satz? Hängen soll er nicht leben. Gehen sie weg von mir. Gehen sie weg von mir. Gehen sie weg von mir. Nicht umdrehen. Nicht umdrehen. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Oh, das ist ja der Halloween-Doktor. Oh, das ist ja der Halloween-Doktor. Richtig. Cool. Und du hast nicht mal einen richtigen Doktor, das weiß ich nämlich. Was? Oh, verdammt. Was? Oh, verdammt. Da steht ne Toolbox unter dem Dings. Wie soll ich denn da rankommen? Sie sind alle witzig. Wir haben noch nicht einen Generator gemacht. Nö. Aber schon zwei Tote. Also, okay. Dann hast du gesagt, manche Leute wären nicht witzig. Dieser Doktor sieht aus wie ein Klassenkamerad. Loi. Okay. Hier ist ne goldene Toolbox. Ich liege. Ja. In der Wiese. In der Alm. Warum legst du dich da hin? Ich weiß nicht mal wo. Anstrengender Tag. Achso. So. Da wo ich leuchte. Ach, da drüben auf der anderen Seite der Map. Alles klar. Ja, ich wollte von euch wegbringen. Jetzt bist du ja gemein, Rage. Okay. Okay. Hä? Ich dachte, ihr habt das Fluchding kaputt gemacht. Ich hab irgendein Totem kaputt gemacht. Ich hab keine Ahnung, ob das das Fluchding war. Aber es gab doch das Donnergrollen. Hau doch in den Schrank. Das ist ja schön. Wir haben 50-50 oder so. Nee. Nicht ganz. Hier steht noch ein Schrank. Ja, hier stehen vier Schränke. Zwei davon sind belegt. Ja. Das ist jetzt natürlich... Das macht für mich 50-50. Aber hey. Seid mal nach der Ahnung von Mathe. Ja, er schaut die Schränke durch. Der Nächsten ist meiner. Nee, Mathe ist nicht so mein Ding. Hey du. Okay, ich mach mich vom Acker. Ja, ja. Ey, Mathe hat mich stückertiert. Zwölf Silvester. Ja. Bist du Stuckateur? Ja. Mathe habe ich vollkontiert. So ist weg. Ja, ich bin Informatiker. Ich brauch kein Mathe. Ich bin gleich da. Ja. Guck mal, weil es ist Mr. Black ja nicht weg. Nein. Ja, kein Stress zwar. Nicht Mr. Black. Wo hängt der denn? Oh lol. Ja. Ja, immer noch am anderen Ende. Ich komm hier in 100 Jahren nicht hin. Ich komm hier in 100 Jahren nicht hin. Richtig. Geh doch rüber über die scheiß Hecke. Ja, du sollst ja auch keine 100 Jahre. Mir würde ein paar Sekunden reichen. Ist nicht. Er hat mich gefallen. Ja, gut. Ich komme in der Zeit auf gar keinen Fall zu dir. Ja, dann versuche ich so lange hier zu strugglen wie... Bin bestimmt dann da, wenn er stirbt. Nein! Verdammt! Du warst nicht da, falls ich dich beruhigt. Doch, ich war zwei Meter hinter dir. Hab ich gesehen, was nicht. Das waren zwei Meter 57 und 68 Millimeter. Ja, Mathe ist nicht mein Ding. Ich kann eine Entfernung einschätzen. Dann hättest du auch gemerkt, dass es 68 Millimeter vielleicht nochmal Zentimeter gewesen wären. Nö, nö. Mathe finde ich abscheulich. Aber Geometrie muss man nicht können. Was? Mathe finde ich abscheulich. Mathe ist toll. Mathe ist scheiße. Mathe ist ein Huhn und Sohn. Ja, alles klar. Das war toll. Ich glaube, wenn die eine Richtung von der, wo du kommst, äh, nicht herkommst. Nein, nein, Mathe ist nicht toll. Mathe hat dafür gesorgt, dass ich meine Grafikkarten kaufen konnte. Hast du Bitcoins gekauft? Bitte. Wer macht denn sowas? Ein paar Arbeitskollegen von mir, aber hey. Hast du Organe im Darknet verkauft? Was hab ich? Ja, die Arbeitskollegen. Oh toll, jetzt müssen wir nur noch perfekte Skill Shacks machen, Junge. Wer hat sich denn sowas ausgedacht? Sowas ist ein Insiderwitz bei uns, ja. Der hat irgend so'n Perk. Weil so eine mal am Generator sind, merkte das. Das ist ja schön. Das sagen wir immer den neuen Azubis. Wenn sie irgendwas nicht machen, was sie machen sollen, sondern Blitzel machen, sagen wir, ja, du machst das genauso wie Timi. Wer ist Timi? Genau. Wie liegst du jetzt schon wieder? Ah, was denn, Rage? Erzähl, was mach ich denn? Ach, da drüben. Dam, 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 dam. Ach ja, ich dachte, er wieder verkauft. Kommt, kommt. Kommt, kommt. Dum, 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 dum. Ist er bei dir? Nö. Er ist irgendwo aber nicht hier. Ja und? Und? Ich glaube, das sollte ja heißen. Das darf ich ja wohl sagen. Ja, dann komm mal. Steck die mal weg. Ich hab was dagegen, wenn du mir in meiner Nachbarschaft rumhängst. Du stinkst irgendwann. Ja, ist eklig, oder? Ja, voll. Wenn der schön lange abhängt, dann wird das schön lecker. Er ist hier schon wieder. Ach, da ist er. Ach ja, halt doch die Schnauze einfach mal. Ja, er rettet er dir. Alles klar. Ah, ja komm, Mann. Hey, ich hab dich immerhin nicht abgenommen, als der Kinder da war. Wow, er tötet mich. LOL. Sehr schön, dann. Brauch ich ja nur noch ne Hedge. Geil, der hat meinen Kopf gegrillt. Das ist ja schön. Und wie ist das so? Warm. Okay. Angenehm, kannst du empfehlen? Ja. Gut, da mach ich das vielleicht auch nochmal. Kann ich dir wärmstens empfehlen. Machen wir jetzt auch was zu essen. Bis gleich. Alles klar, bis gleich. Guck mal her. Guck mal her. Ja. Ba 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 ba. Wir haben nicht einen Generator gemacht. Stop. Aber ich hab drei Totems gemacht. Oh, ein Kinder gefunden. den hab ich das nee. Den hab ich aber auch gefunden. Stop. Nööööö. Ich bin gespannt, ob er auch deinen Kopf grillt. Er schlägt auf meinem Rücken ein. Auf halt Wo ist denn die doofe Hedge? Ich lese den Chat gleich Du musst da liegen bleiben wo Asphalt ist Sonst sieht man nicht wie er dich tötet Guckst, pass auf Mikrowelle Und jetzt mal die Narkaufnahme Sehr schön 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 Wie sich das gehört